Herzlich willkommen zu Unturned Update 3.17.2.0 Es ist ein ziemlich geiles Update, finde ich. Hat ordentlich mit Zombies wieder zu tun und Quests und NPCs. Und auch ein Objekt ist wieder neu reingekommen, beziehungsweise ein Objekt, was wir schon hatten. Nur ein bisschen besser. Und ich würde sagen, wir fangen direkt mal an. Äh, und, ja, 3.17.2. Äh, wir sehen hier noch die Mannequins, die ich hier noch stehen hatte von dem einen Update. Und, ja, letzte Woche kam übrigens kein Update, weil Nelson auf einem Steam Developer Day war. Und ich wusste damals, ob er ein Update rausbringt und anscheinend hat er ja keins rausbekommen. Und, ja, wir fangen dann einmal direkt an. Ähm, ihr kennt ja sicherlich hier die, die hat es schön eingerechnet, die normalen Gasperi. Und, äh, wenn ihr zum Beispiel so einen großen Generator da auffüllen wollt. Wie viel hat der jetzt? 0%. Da müsst ihr ja hingehen und das macht zwei. Wenn ihr noch einen nehmt, dann macht er fünf. Also, das dauert einfach mega lange. Wir nehmen das jetzt mal wieder raus. Ähm, es gibt da ein bisschen einfacheren Weg. Und auch für andere Sachen natürlich, nicht nur für so einen Teil. Äh, wenn ihr nämlich fünf Stück von denen habt. Und eine Blowtorch. Dann könnt ihr hier hingehen und einen Industrial Gas Scan machen. Hier seht ihr, braucht ihr Crafting Level 2. Dann habt ihr so einen großen hier. Davon habe ich jetzt zwei Stück. Und die haben beide jeweils, der eine hat 20%, der andere hat 100. Der eine hat mich reingespawrt, der andere hat mich so gemacht. Aber wenn wir hingehen, der mit 20% macht zwei. Der mit 100% macht 13%, ja, 13% da rein. Und, ja, das ist der neue. Äh, ich kann ja auch, äh, ich blende euch mal einen Clip ein. Wenn ihr zu einer Tankstelle geht, wie viel der da wirklich rausnimmt. Ihr müsst aber im Hinterkopf halten, dass der, äh, Industrial Gas Scan, den ich da hab, schon 3% hat. Also der würde eigentlich, danke, wie ihr seht, komplett leer machen. Oder 1% vielleicht drin haben. Und, ja, danach kommen wir jetzt einmal zu Boss Zombies. Ihr kennt ja wahrscheinlich die NPCs hier, ist ja klar. Und hier, C kennt ihr ja auch, mit dem Ring. Ähm, aber hier waren immer welche, zum Beispiel er. Und, ja, man, das war ein bisschen doof, weil die hatten nur mit einem geredet. Die haben jetzt auch Quests. Und, zum Beispiel, hier seht ihr schon ein Ground Pounder Boss, Flamethrower Boss. Zeigen wir euch auch gleich. So, den Lightning Strike Boss. Und, ihr seht oben rechts jetzt, das ist neu, Aftershock, da kann man irgendwie Quests auswählen jetzt. Die da dann, äh, Track. Zum Beispiel, wenn ich jetzt dabei auf Track gebrannt bin, Memore, The Fine Wedding Ring ist dann. Und, wenn ich da draufgehe und Track mache, dann wird Aftershock angezeigt. So, und ich zeig euch jetzt einen Trick, wie ihr die da alle zu Boss Zombies kriegt. Geht ihr raus. Also, für Single Player geht das jetzt nur. Ihr geht auf Play, Single Player und dann habt ihr halt die Map hier. Dann geht ihr auf Advanced. Scrollt ein bisschen runter, bis ihr bei Zombies seid. Und, macht dann die Chance von den Boss Zombies. Hier sind sie drei, Electric, Wind und Fire. Macht ihr einfach, die geht von 0 bis 0,5. Dann macht ihr einfach bei allem. 0,5. Und, dann, ja. Dann, ja. Dann, ja. Dann, ja. Dann, ja. Dann, ja. Das war's für heute. Okay, dann gehen wir noch über ein paar Fixes und so und Improvements ist einmal das, wenn ein Aggressiver Improved Aggressive Actions to Mark and Tiger, also wenn jemand aus eurer Gruppe jemanden angreift, zuerst irgendein Random zum Beispiel, ihr spielt in einer Gruppe, der Grall und euer bester Freund, der Pascal, der greift irgendeinen Typen an, den ihr nicht kennt. Und der auch nicht in eurer Gruppe ist, dann wird die ganze Gruppe dafür gepanscht, sozusagen. Dann gibt es noch, wenn ihr auf die Map geht und dann hier auf den Spieler drückt, dann kommt ihr direkt zu seinem Steam-Profil. Dann als nächstes ist noch, dass das Bugs mit dem Bayonett gefixt wurde. Also, dann wurde noch gefixt, dass man ein Mannequin benutzen kann, während man ein Item benutzt. Die Nightvision wurde gefixt, also das Leuchten davon, wenn man die Cosmetics getoggelt hat und die Ceiling-Collisions in einem von Mookies Haus-Häusern wurde gefixt. Und bei den Tweaks noch, dieser eine, da ist ein Typ bei dem Liberator, der hat, der verkauft euch halt so, also ihr könnt da zum Beispiel hingehen und ihr verkauft ihm Munition und Munitionsboxen so und ihr konntet da auch einen Detonator kaufen. Und ja, das wurde ersetzt durch einen Rangefinder. Anscheinend will er jetzt nicht, dass man da einen Detonator kaufen kann. Und das wäre es dann wirklich alles jetzt gewesen. Und ja, ich sehe euch beim nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal.